Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal hier, Darkfire2k6 und zwar will es der eine oder andere vielleicht gar nicht mehr für möglich gehalten haben, dass dieser Kanal überhaupt nochmal irgendwie zum Vorschein kommt, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich denke mal, die meisten werden einfach rüberkommen von meinem anderen Kanal. Ich habe jetzt nämlich diesen Kanal hier wieder in Beschlag genommen, sage ich jetzt einfach mal. Und hier werden jetzt weiter Let's Plays folgen. Die ersten werden so in 1-2 Wochen kommen, denke ich mal. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, ein bisschen was voraufnehmen, sage ich mal. Und ja, jeder der erfreut von MMORPGs ist, kann gerne rüberkommen auf meinen anderen Kanal. Da werden MMORPG Let's Plays gemacht. Nicht so regelmäßig wie auf diesem Kanal hier, aber dennoch, denke ich mal, ja, regelmäßig. Okay, auf diesem Kanal hier wird dann so normale Let's Plays kommen, wie man sie kennt, sage ich mal. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das Video soll jetzt auch überhaupt nicht so lang werden. Das ist nur eine kleine Ankündigung. Und alles, was ich noch zum Schluss zu sagen habe, ist... Ich bin zurück. Ich bin zurück.